Cosmixcine 2013, da sind wir wieder, tadaaa! Ich bin die Sabine und du bist? Francesco. Spitzname. Sissi. Und Franzl. Kracher. Wir sind dieses Jahr in Karlsruhe vor Ort eine ganze Woche lang mit dem Cosmixcine Film Festival. Und wir freuen uns auf euch beim Universum Kino am Europa-Platz. Kommt alle! Yeah! Wir sind eine der